Und du hast da eins gefunden, oder? Ja, ich habe auch noch was gefunden. Aber ich kann es, glaube ich, nicht abbauen. Das wäre... Sieht aus, wie irgendwas rotleuchtendes. Das ist bestimmt toll. Oh nein, TNT? Nein. Haha. Nein, 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 nein. Ha, Lebenskristall. Läuft, lup. Du scheiß Ameisenlöwenbär. Ich möchte mir nicht mehr... Was? Ich habe mich gerade nicht erschrocken. Boah. Nicht einem Riesenwurm. Nein, nein, gar nicht. Alter, das ist ja wie... Das ist ja wie Five Nights at Freddy's oder sowas. So. Ja, der Wurm ist noch in Ordnung, im Gegensatz zu dem Boss. Oh, ich... Ach ne, der Boss... Ach, ne, nein, 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 nein. Oh, Grab... Grabkriecher. er ist wichtig so auch die Jörg von den Erschrecken ich habe eine Hörsenkelkappe eine Pinke die Städte ich muss ich sagen die sind nicht zu eklig das wird runterkommt was mache ich jetzt mit dem Lebenskristall Verbrauchbar Sollte ich den einsetzen? Du kannst ihn auch mir geben Nee Oben siehst du dann, wieviel du leben sollst Du kannst bis auf 400 Mehr als 400 bringt ja nichts Alter, eh Von wie Robbe wurden die Arme ausgerissen Von Grabkriecher Boah, eklig Das hab ich Albträume bestimmt Durch nem Grabkriecher Ja Boah Ach so Ja, ein Grabkriecher Das ist ein Grabkriecher, ja doch Ich hab die die ganze Zeit mit dem Dünenstecher verwechselt Dünenstecher sind noch nichts Äh, ich wurde auch Heute endlich hier aufzuzucken Endlich die Epilepsis vorbei Oh ne, da ist ja schon wieder der Grabkriecher Oh ne, da ist ja schon wieder der Grabkriecher Geh weg von mir, du scheißviech Geh weg Äh, ne warte, der kann da bleiben Der ist da richtig Und der kann da auch Lass es, du scheiß Grabkriecher Eben Das, ne, wenn, wenn Einmal noch Und ich zerstör den also Jetzt reicht's Jetzt hab ich keinen Lust mehr Kommst du bitte nach unten Wöchte deine Hilfe Ach du bist da unten Ja Ah Und deswegen auch mit den Minen-Karren Mit den Minen-Durren da Ah Wenn du übrigens irgendwo Pfeilstiefel findest oder sowas Die, äh, brauche ich Carly der Carly die Klang Ach der, oh Carly der Ups Sorry Ja, äh, deutsche Übersetzung Beste Warum? Nicht nur wie bei Carly der Krankenschwester oder so Ja Ich schaffe es Ja Ha Lol Noob Hm Oh geil Ja Oh, jetzt hab ich schon 140 Leben Noob Wääh Ja Mein Gott Brauche auch Kristalle Du brauchst gar nichts, ich hab ja nicht mal ein vernünftiges Schwert Ja, ich baue dir doch gerade ein, du musst nur nach oben kommen Oh, geil Ein Rückruftrank Damit kannst du dich nach unten Ein Kiementrank Ein, ne, drei schwache Haare Zinnbomben Möchte auch ein Bleibreiter Eine Leuchtpistole und Möchtest du lieber ein Schwert oder eine Spitzhacke Schwerst Und dann hier noch ne komische Ölpumpse oder sowas Ok, dann hast du hier auch so bestimmt Stimmt, brauchst du ne Ölpumpen, ne Ölpumpen Stimmt, brauchst du ne Ölpumpen Stimmt, brauchst du ne Ölpumpen Braust safe ne Ölpumpen Bin mir sicher Ne Ölpumpen, ne Ölpumpen, ne Ölpumpen, das ist ganz toll Die gibt's, ich weiß hier was das sein soll, aber Sieht so aus Wolltest du jetzt gerne mal bitte Also, würdest du jetzt bitte mal nach unten kommen Oh, ey, du scheiß Grabkriecher, ne, ich hasse Da bist du runter, ich dachte, du bist hier so links Ne, ich hasse einfach nur Ich hasse diese Grabkriecher, ne Nicht nur, dass sie komplett bärsig und eklig aussehen, ne, die sind auch noch scheiß OP Du hast schon 140 Leben genug Ja, sagt der Müll, äh, 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 äh Das ist ne Goldkiste Die hab ich schon gelootet Was? Da hab ich doch gerade die, äh, äh Pieflang Sag mir doch, dass da unten Wasser ist Da unten ist übrigens Wasser Und hier, komm, wir fahren jetzt mit Dalora Bitte Äh, ja Hast du den Grabkriecher gekillt? Nö Ich war noch schon ganz links, aber ich will trotzdem noch mal fahren, weil... Kannst ja meine Fackel in der Hand nehmen Mach ich auch Könnte passieren, dass ich dann was sehe Aber auch 16 Wurfstern übrigens Wohl Lore Fahren in einer Lore Ach, danke dafür das Wie eine tolle Information weggegeben wurde Warte mal Nach rechts, aufpassen Hab ich doch schon gelootet, die Goldkiste an und mitnehmen Ja, das hab ich jetzt nicht gemacht Und da oben rechts, da, genau über dir, ein bisschen weiter rechts Also über dir rechts, da war noch ein Lebenskristall Ist das da rechts bleibt, oder was ist das? Silber Silber ist noch besser als das andere Ich hab dir jetzt aber ein Bleibreitschwert gemacht Guck mal das, was du gemacht hast, könnte... Komm mal hier her erstmal Brauch dir mal hier, du kannst sogar hier aussteigen Hier, guck mal Ah, äh, Items kannst du einfach nehmen und nach rechts rausschmeißen Also Und dann komm mal mit Warte, warte Ja Aber ich war da schon, ne? Aber nicht richtig, weil Ja, wir Mal ein bisschen langsamer fahren hier Und gucken Jetzt kann übrigens auch sein, dass die Dinger in Lava spawnen Und dann ist er nicht mehr so drin Was ist das? Ne, gerade eben Weiß ich nicht, hier so ne Vasen, da kann man immer mal wieder aussteigen Boah, da, da ist noch ein Kristall Auch Genau das rote, das rote da Das ist kein Kristall, das ist Dämonit Glaub ich Ja, das ist Dämonit Ja Oah, Alter Komm, hau, die ganze Zeit hauen Hab ihn Hab ihn Jetzt hab ich den nicht mit Das ist das Ameisenlöwe, irgendwie sowas Hm, Ameisenlöwen-Kiefer Auch üblich Ähm Ich hab dir doch schon gesagt, du kannst mal die Party aktivieren Ja, ich hol mir trotzdem gerade den Lebenskristall Ne, lass mich dir mal nehmen Ich seh nichts Lass es Wehe Ne, ne, ich, hier raus Nein Wurde von weg Was denn? Was denn? Wir finden einen neuen Du hast doch sowieso schon 100 140, oder? Genau Ich wollte 160 Achso Ja Möchtest du eigentlich einen Kronleuchter in unserem Haus? Oder im Unterkeller? Ne, möchte ich nicht Unterkeller? Ja Unterkeller? Ja, ich baue den jetzt Da bist du ja wieder Da bist du ja wieder Äh, Schlick und Schlackeln Ne, mach jetzt nichts Ich bleib jetzt hier Oh nein, ich hab die beste Idee Ich baue mich hoch Ich hab ne bessere Idee Wir gucken mal einfach ganz rechts, was da so los ist Oh, da, ich hab ne bessere Idee Wo bist du? Pow! Was ist das? Eine Leuchtpistole Hat die unendlich Munition? Nein Nein Steht ne Zahl neben Ja 48 Ja 48 hab ich gerade noch Hast du dir die gekauft? Oder gefunden? Gefunden in der goldenen Kiste Toll Da hab ich doch aber auch die, äh, den Rückruftrank, den Kientrank und die Dreifache Mach mal dein Inventar auf Rechts sind diese drei Leisten und links davon sind einmal so Schwerter und da drunter so kleine Wappen Drück mal auf das rote Kameramodus? Weil ich will nicht ein Kameramodus sein, hallo Ich will Okay Drück auf was an oder einfach mal Escape Okay, ja Äh, was? Wo? Du sollst auf das rote Wappen klicken, links von diesen drei Registern Ja? Ja Jetzt ist dein Name rot, ih, eklig Und wenn du Lust hast, dann könntest du... Ne, die gelbe Party bringt nichts, wir müssen in der gleichen sein Ich bin in der gelben Ja, mag dich nicht, ne, hallo Gut, dann bin ich jetzt in der Nidernis Können wir jetzt, können wir jetzt gegeneinander kämpfen? Äh, dann müsstest du oben die Schwerter aktivieren Ja, mach ich Ah, Hilfe! Frieden! 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 Also kannst du mich jetzt eingreifen und ich dich... Nein Ich sagte, die es auch aktiviert haben Müssen beide aktiv haben Oh, scheiße Oh, scheiße Und wo bist du denn? Hast du jetzt eigentlich da unten auch irgendwelche Krallen gefunden? Das sah so aus Nein Nein Also Krallen rüstet man übrigens rechts in den Slots aus, also ganz rechts Ja, das ist mir beweist Sust Wo bist du überhaupt? Ich weiß ja nicht mal wo du bist Ich muss mal... Hm Moment So, jetzt siehst du, wo ich bin In welche Richtung? Hm Wie weit entfernt? Leider Ist halt den Fuß ent... äh, angegeben Hm, ja Hallo Tschüss Guck mal, dass die Blitzen haben, aber von Harry Potter Hä? Wann? Geht nicht mit dir Doch eigentlich schon, aber... Hä? Komm, weiter Hier hinten ist sie Mal schauen, ob es einer von uns durchschafft Ja, das wäre nämlich schon mal Prämium War ich nicht Ausgerutscht Ausgerutscht Mir ist das Schwert ab Ich hab nicht mal volle Leben Hallo Hier drin Einfach auf alles einprügeln und guck mal, da drüben sind so eine Dornen, die kann man so verschlagen, das macht so Schaden Wow Pilser Böser Pils Ja, vielleicht kann ich hier den irgendwann mal in Getränk mischen oder sowas Ah Ekelspinne Ah Los, kämpft! Iiiiih Hört ihr dieses Geräusch an, das ist so widerwärtig Oh, das war ja lecker Ah Ah Es gibt nichts Ekligeres als Blutkriecher Doch Da spricht was gegen Oh Oh Wir sind hier rechts irgendwie hoch Hast du Blöcke? Oder wir machen Boah, Sterne Scheiße, Blöcke Nein, 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 nein Geh weg Die wird da jetzt reinkommen Vorsicht Ich bin im Anflug Warm, Junge Pullst du dein Schwert aus? Guck mal, die Stirb mal Wir hauen sie einfach Komm Die wabbelt uns jetzt nicht tot Da ist noch einer Ich glaube sie ist zu fett um da hochzukommen Scheiße Scheiße Der ist nicht zu fett Hä? Bleib mal einfach in der Luft stecken Ne, die krabbelt an der Wand eigentlich Au Nein, ich meine die Nein, die bleiben da an dem Block stecken Ne, die bleiben da an dem Block stecken Und trotzdem weg Tschüss Kannst du die einsetzen? Ne Versuch mal darüber zu kommen Hier mit so einem eleganten Sprung Ich hab's auch geschafft Bring einfach Wir suchen nach einem Großen Gebäude mit so einem alten Opa davor Den Alten Opa übrigens nicht anquatschen Mann Warum nicht? Weil der böse ist Ist der nett? Der Boss Kann ich jetzt Zitter du Und zitter Du wirst später sehen Der alte Opa ist gar nicht so alt wie er aussieht Doch Also er ist nochmal doppelt so alt wie er aussieht Hier hinter ist dann Schon wieder normal Ah, hier ist eine seltene Pflanze Hm, bin ich Seltsame Pflanze So heißt Kann gegen seltene Farbstoffe getauscht sein Na, wo bleibst du? Da bleibst du Wann nur Ich versuch schonmal nach da oben zu kommen Ich guck mir nur ob hier Na Ausgerechnet Ich Dealer Stein Aua Das hab ich eingesammelt Weiß aber nicht was Wir brauchen beide mal Schwerter, die automatisch schwingen, wenn man gedrückt hält. Einfach raus! Schwert schwingen! Ich guck gerade, was ich eigentlich gemacht habe. Ein Tagesblümer! Achso, ja, das ist blöd. Also. Er haut ab. Ist es das? Wahrscheinlich. Ja, bestimmt ist es. Da willst du nicht rein, da willst du nicht rein, da willst du nicht rein. Doch, ich will hier rein. Geh da rein, geh einfach rein, aber nicht runter. Zumachen! Nicht runter, sonst kommen die Viecher, die Guardians, die willst du nicht. Du stirbst, instant. Schneller als du Kartoffelsalat sein kannst. Kartoffelsalat. Zu spät. Ich lebe noch und ich bin unten. Du kannst mal zu den Bücherregalen gehen und einfach mal diese Bücher hauen mit der Spitzhacke. Mal gucken, ob du da den Zauberspruch kriegst, den wir brauchen. Den Wasserbolzen. Ähm, warum ist die Musik so komisch? Was? Die Musik, das ist so, dass das ganze Musik. Wolltest du gerade von einem Verlieswächter one-hitted? Hat er dich erschreckt? Ich wollte mich gerade wieder auf den Weg zu dir machen, aber jetzt können wir wieder zusammen gehen. Wie? Ui! Also ich fand es gut. Ah! Die sind später weg, dann können wir da auch runter gehen. Wir müssen erst den Boss kennen. Wo ist der Boss? Der Boss steht vor der Tür, ist der alte Opa. Achso, den muss man ansprechen? Ja. Ich fürchte, wir kriegen den nicht, ohne zumindest Platinschwerter zu haben. Na doch. Oder Fekan. Ich habe gesehen, dass es einen Bienenboss gibt. Ja, einen Bienenboss gibt es auch. Der ist im Dschungel. Oder die sind im Dschungel. Ich kann mir mehr aus dem Denkel. Ja, meine ich auch. Ha, hier ist auch noch eine Sternstimme runtergekommen. Das ist meine. Oder die Augen halten mich davon ab. Oder doch nicht. Komm schon. Ride the eye. Komm schon. Wo bist du? Bist du gerade so am Roten. Ne. Uah, Ido. Ne. Ich mag es nicht. Tschüss. Kurmeeres mag ich nicht. Die sind mir unsympathisch. Hast du mich? Ups. Es wäre nett, wenn du bitte keine Bomben schmeißt. Das wollte ich nicht. Die zerstören das gesamte Terrain. Und mich. Oh. Ich habe mich in einen Fleischhaufen. armor, das ist ein russisch. Vielen Dank.